Mit dem Terroranschlag von Solingen hat sich der sogenannte islamische Staat auch in Deutschland erneut mit Gewalt zurückgemeldet. Trauer und Entsetzen sind zu sehen in Solingen. Warum rückt Europa wieder ins Visier des IS? Wie und warum will die Terrororganisation liberale Gesellschaften verändern? Der mutmaßliche Täter, er stammt aus Syrien, hat sich den deutschen Behörden entzogen, hat gemordet. Die Folge nun hitzige politische Debatten über Waffenrecht, Abschiebung und Asyl und das kurz vor wichtigen Landtagswahlen. Wir fragen heute nach dem Anschlag in Solingen, wird jetzt das Asylrecht verschärft? Ganz herzlich willkommen zu Auf den Punkt. Ich freue mich, Ihnen meine Gäste heute vorzustellen. Amir Moussaoui, er ist freier Journalist, hat unter anderem über den IS im Irak berichtet und ist jetzt gerade aus Solingen zurückgekehrt. Herzlich willkommen. Hans-Jakob Schindler, Terrorismusexperte bei der Nichtregierungsorganisation Counter Extremism Project. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und die Chefredakteurin der Tageszeitung Die Welt, Jennifer Wilten, ist hier. Schön, dass Sie da sind. Willkommen. Und Dösen Tekal, Autorin, Filmemacherin, unter anderem ein Film über den Völkermord des IS an den Jesidinnen und Jesiden, hat sie gemacht. Ist auch Gründerin der Menschenrechtsorganisation Hawar Help. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir reden über ein sehr trauriges Ereignis zunächst. Amir Moussaoui, ein Mann, hat in Solingen elf Menschen mit einem Messer angegriffen aus nächster Nähe. Drei Menschen sind getötet, acht weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Sie waren in Solingen am Ort des Anschlags. Welches Bild, welcher Satz vielleicht auch, was werden Sie nicht vergessen? Also ich habe Solingen wieder in der Stadt mit voller Wut und voller Trauer, aber voller Angst von vielen Bewohnern. Und viele fragen, warum passiert das tatsächlich wieder in Solingen? Und es war ein Satz, in dem ich immer hängen in meinem Kopf von einem Jesider, der auch Mitbewohner von diesem Asylantenheim, wo der Täter auch dort gewohnt hat. Wo er ein Jesider, geflüchtet aus dem Irak und bekam er eine Abschiebung. Und er hat mich gefragt, warum bekomme ich ich als Opfer von Jesidischen Community als Abschiebung und Ablehnung von meinem Antrag, während ein Täter, der drei Menschen umgebracht hat, bekommt einen Subsidiererschutz. Entweder ich bin verrückt oder ich lebe in einem verrückten Land. Das Satz bleibt jetzt immer bei mir hängen all dieser Zeit. Und was ist Ihre Antwort? Ist er verrückt oder leben wir in einem verrückten Land? Weder noch. Ich glaube, da muss man auch tiefer reinkommen und reinschauen, wie ist die Gegebenheit von den beiden Fällen. Ich glaube, wir sind in einer Debatte jetzt entfacht worden, was machen wir mit unserem Gesetzlager? Wie setzen Sie das um? Und das ist die wichtigste Frage. Also ich bin nicht dafür, dass man die Gesetze verschärft, sondern ich bin dafür, dass die Gesetze Konsequenz umsetzen. Weil wir haben festgestellt, dass ist auch ein Fehler passiert bei den Abschiebungsversuch bei den Söhrern, den Täter, wo man viele Mittel bei den Behörden gab, die sie nicht verwendet haben. Leider. Und das ist ein Fehler. Und ich glaube, dieser Fehler muss auch jetzt die Politik auch reagieren dafür. Jennifer Wilton, wie groß ist die Verunsicherung bei den Menschen in Deutschland aus Ihrer Sicht? Sie schreiben darüber. Sie laden Leute ein und diskutieren. Groß. Also zu groß. Und das ist, was mir neben natürlich dem tragischen Morden an unschuldigen Menschen, die da nur feiern wollten, die meisten Sorgen macht. Das, was Terror will, ist ja Angst verbreiten. Und zwar verbreitet es Angst sowohl bei Opfern als auch bei den Menschen, die jetzt für potenzielle Täter gehalten werden. Und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Und ich muss sagen, das Zweite ist natürlich, dass es jetzt leicht ist zu beklagen, dass man so eine Debatte hat, die sofort losbricht in einem sehr, sehr angespannten Moment für Deutschland, kurz vor Landtagswahlen. Aber wir erleben auch, das, was Sie gerade geschildert haben, darüber debattieren wir ja seit Jahren. Wir haben Gesetze, werden sie richtig angewandt, werden sie nicht richtig angewandt. Müssen wir Asylgesetze, müssen wir andere Gesetze verschärfen. Und passiert das einfach sehr, sehr wenig. Also ich begrüße nicht, dass jetzt eine Debatte so sehr scharf geführt wird. Ich glaube, dass das auch der Aufmerksamkeitsökonomie geschuldet ist, die wir heutzutage haben. Aber wenn es der Sache hilft, dass wir endlich zu Resultaten kommen, dann ist die Debatte gut. Düsenthecker, Sie haben 2016 ein Buch mit dem Titel veröffentlicht, Deutschland ist bedroht. Sie haben sich immer für Integration eingesetzt, aber eben immer auch gewarnt. Wie ist jetzt dieser Anschlag in Solingen von Ihnen aufgenommen worden und auch von Ihrem Umfeld? Ja, der Untertitel war ja, warum wir unsere Werte verteidigen müssen. Den finde ich nochmal ganz wichtig. Und ich spreche da von den bösen Zwillingen, von den religiösen Extremisten und Islamisten auf der einen Seite und den Rassisten auf der anderen Seite, die sich gegenseitig bedingen. Und am Beispiel Solingen kommt eigentlich zum Ausdruck, was ich damit, ja, eigentlich auch analysiert habe. Aufgrund der Tatsache, dass ich zur Kundin des Völkermords an der eigenen Religionsgemeinschaft geworden bin. Und ich bin sehr dankbar, dass der Kollege gerade sehr konkret schildert, was das Problem ist. Nämlich nicht die Systemfrage des Asylrechts, sondern dass wir die Gesetze nicht richtig angewandt haben. Und tatsächlich stellen sich nicht nur die Jesiden, sondern eine ganze Gesellschaft in Deutschland die Frage, wie kann es sein, dass wir Opfer von Völkermorden abschieben, wöchentlich? Und wie kann es sein, dass die Täter in diesem Land unseren subsidiären Schutz ausnutzen und die Behörden hier versagt haben? Und das ist natürlich eine Frage, die die Menschen gerade umtreibt. Und deswegen erleben wir gerade auch den Populismus gegenseitig, auf allen Seiten. Aber de facto ist es so, dass der Attentäter, der Terrorist von Solingen, drei Menschen umgebracht hat, obwohl er eigentlich gar nicht hätte hier sein dürfen, nach dem Dublin-Verfahren. Und das ist etwas, wovor Jesiden, religiöse Minderheiten, Liberale, Säkulare, auch gläubige Muslime immer gewarnt haben. Die haben gesagt, wir sind nicht vor den IS-Mörderbanden geflohen oder vor den Taliban, damit wir hier von unseren Tätern heimgesucht werden. Und das findet de facto statt, tagtäglich. Es gibt in Regensburg eine IS-Familie, die jetzt verklagt wird wegen Menschenrechtsverbrechen. Wir reden hier von einem Jesiden, der gezwungen wird, in einer Flüchtlingsunterkunft zu leben, mit einem mutmaßlichen Täter, mit einem Dschihadisten, mit einem Islamisten. Und das zeigt die Gefahr von dem IS, dieser Ideologie, die dezentral organisiert ist. Und es geht nicht nur um die Verschärfung von Waffenrecht, es geht um die Ideologie dahinter, die tabuisiert war. Ich höre in dieser Tage oft, tut nicht so, als wenn wir nicht über Islamismus reden dürften. De facto ist es aber schwierig, in diesem Land über Islamismus zu sprechen. Zumindest so adäquat, ohne sozusagen Muslime in Generalverdacht zu nehmen. Das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig. Diese Debatte wird schiefgeführt gegenwärtig. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dringend darüber nachdenken, wie wir dieses Land sicherer machen und wie wir es schaffen, dieser Täter habhaft zu werden. Denn wo Minderheiten in Gefahr sind, wo ein Volksfest in Gefahr sind, sind alle Menschen in Gefahr. Sie haben viel erwähnt, Subsidiärenschutz, Dublin-Verfahren, das hat alles mit dem EU-Recht zu tun und mit dem deutschen Asylrecht. Aber der letzte Punkt, dieser Punkt, wir müssen über den Islamismus reden, das ist ja was, womit Sie sich täglich beschäftigen, Hans-Jakob Schindler. Was haben Sie gedacht, als sich der IS zu diesem Anschlag bekannt hat? Ich war nicht überrascht. Also wir haben in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren, eine wirklich erstaunliche Anzahl von Verhaftungen von IS-Sympathisanten und Zellen hier in Deutschland und in Europa gehabt. Häufiger als ich, ich mache jetzt Terrorismusabwehr auf verschiedenen Ebenen, seit den Ende der 90er Jahren, viel häufiger als ich es jemals für eine andere Terrorgruppe hier in Deutschland und in Europa erlebt habe. Das hängt damit zusammen, dass natürlich der militärische Druck auf die Kerngebiete des IS und Al-Qaida seit 2019 mehr oder weniger komplett weg ist. Also auf Irak und Syrien? Auf Irak und Syrien. Wir haben uns 2021 aus Afghanistan zurückgezogen. Seit 2023 haben sich die internationalen Truppen aus Westafrika zurückgezogen, wo der IS und Al-Qaida im Moment enorme Gebietsgewinne erzielt. Das heißt, die Terrorismusabwehr ist natürlich jetzt konzentriert auf die innere Situation. Während wir gleichzeitig natürlich den deutschen Sicherheitsbehörden durchaus eine brechtgefertigte Debatte sehr viel größere Beschränkungen auferlegt haben, was Datenschutz angeht, sehr viel engere Grenzen, was die Überwachung des Internets und der sozialen Medien angeht. Und wir müssten eigentlich, wenn wir über Zeitenwende reden, nicht nur über Raketen und Munition und Panzer reden, sondern auch im Hinblick auf Spionage, Desinformation, Sabotage von Russland und Terrorismusabwehr, die jetzt eben maßgeblich im Inneren stattfindet und nicht mehr nur im Inneren und in den Kerngebieten, uns darüber unterhalten, ob die Balance zwischen Persönlichkeitsschutz und Allgemeinschutz noch so richtig ist, wie wir es in den letzten Jahren hier konstruiert haben. Schauen wir uns davor vielleicht, bevor wir das zusammen diskutieren, mal an, wie man eigentlich diskutieren muss, wie wir uns besser schützen vor islamistischem Terror. Mit Beispielen natürlich vor der Gewalt eines sogenannten islamischen Staates. Diese Terrorgruppe, die reklamiert schon eine Reihe von Anschlägen in Europa und auch welche aus der jüngeren Vergangenheit. Der Schock sitzt tief. Die Menschen in Solingen fassungslos. Die Ungewissheit, warum das passieren müsste, warum unschuldige Menschen sterben müssen, warum wurden vorher nicht richtig die Grenzen, wo sie rübergelassen wurden, nicht richtig kontrolliert. Erinnerungen an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 werden wach. 13 Menschen werden damals getötet von einem IS-Anhänger. Es ist der letzte große Anschlag in Deutschland, zu dem sich der IS offiziell bekennt. Islamistisch motivierte Einzeltäter verübten seitdem zahlreiche weitere Attentate. In Russland soll ein IS-Ableger Terror verbreitet haben, bei einem Anschlag in diesem März auf eine Konzerthalle in Moskau. Über 140 Tote. Die Methoden des Terrors haben sich verändert. Statt lange vorbereiteter Anschlagspläne zog der mutmaßliche Täter mit einem Messer los allein. Der Bundeskanzler besucht den Tatort in Solingen, verspricht auch schärfere Waffengesetze. Das war Terrorismus. Terrorismus gegen uns alle. Der unser Leben, unser Miteinander bedroht, die Art und Weise, wie wir leben. Doch wie kann sich eine offene Gesellschaft überhaupt vor Terrorismus schützen? Das ist die Frage, die Sie alle im Prinzip mit aufgeworfen haben in Ihren ersten Antworten. Amal Moussaoui, was wäre Ihnen am wichtigsten? Wie kann man diese Offenheit, die es hier geben soll und geben kann, bewahren jetzt? Also meiner Meinung nach, das besteht aus drei Punkten. Punkt A, was Sie gerade erwähnt haben, Herr Schildner, dieser Balance zwischen dem Datenschutz und dem Schutz der Allgemeinheit, muss es auch jetzt justiert werden, weil wir erleben in einem Krieg, in einer Frontline, die überschreitet jegliche Grenze. Die Terroristen werden gesteuert, ferngesteuert. Also es gibt ein Monitoring von einem IS-Mann, der sitzt weit weg hin und der versucht, eine und andere zu rekrutieren. Und das ist wahrscheinlicher der Fall von den Täter von Solingen. Das ist A. B. Das muss aufgehört werden mit dieser Sparmaßnahme bei der Polizei und dem Verfassungsschutz. Es ist wirklich kaputt gespart worden. Die Menschen sind, die dort arbeiten, sind einfach überlastet. Wenn einer zum Urlaub geht, da gibt es keine andere, der weiter den wichtigen Aufgaben weiterverfolgen. Und das ist eine dringende Bitte an der Politik. Bitte, bitte, bestattet er diese Möglichkeit für den Verfassungsschutzer mehr Möglichkeiten, mehr vielleicht Stellen und mehr Befugnisse, damit sie das auch den Arbeit adäquat leisten können. Wir sind abhängig an den Informationen von befreundeten Staaten, die uns immer geliefert, Info, Info, und damit verhaften wir den oder der andere. Und der Information frage ich mich, warum kommt das nicht von unserer Verfassungsschutz an unser Land? Bisher scheitert das an der FDP, Jennifer Wilton, die da sehr streng ist und Vorratsdatenspeicherung und andere Sachen nicht unbedingt favorisiert. Glauben Sie, das ist der entscheidende Schlüssel zu einer offenen Gesellschaft? Oder wo sehen Sie noch Schutz, der wirksam wäre? Also es geht ja nicht nur um den Informationsfluss. Also insofern ist es, glaube ich, schwierig, wenn man sagt, okay, das scheitert eine FDP, es ist genau, wie er gesagt hat, es fehlt auch an Geld. Also unser Staat gibt immer mehr Geld aus, aber dort, wo wir es eigentlich brauchen, kommt es offenkundig nicht an, weil das Sicherheitsgefühl so vage ist, dass viele Leute Angst haben, liegt ja nicht nur daran, dass es eine, darauf komme ich gleich nochmal zurück, dass es eine unsichere Zeit ist, sondern auch, dass sie sich konkret von diesem Staat nicht geschützt fühlen. Davon kann Thyssen-Tekker, glaube ich, auch ein Lied singen. Insofern, glaube ich, da ist noch eine Menge Spielraum, wenn man denn will. Und das ist genau, was ich mir auch erhoffe, dass es jetzt nicht nur eine hitzige Diskussion geführt wird, sondern dass endlich auch Taten folgen. Und zwar nicht nur, wenn man aufs Asylrecht schaut, sondern wirklich tatsächlich auch, wenn man darauf schaut, wie man mit Islamismus umgeht. Also es kann wirklich nicht sein, dass der entsprechende Arbeitskreis von der aktuellen Innenministerin als erste Amtshandlung abgeschafft wurde, wo wir alle wissen, es gibt diese Bedrohung. So, das finde ich tatsächlich ein Stück weit skandalös. Wenn wir jetzt, das ist das eine. Also da sehe ich auch ganz klar, die Politik hat da eine ganz klare Bringschuld. Das andere ist, und da kommen viele gesellschaftliche Akteure ins Spiel, wir müssen auch ein Stück weit mit einer gewissen Unsicherheit zu leben lernen. So, wir brauchen auch eine Gesellschaft, die nicht anfängt, weil es sich immer verstärkendere Pole gibt, sich gegenseitig zu verunsichern, sondern die gemeinschaftlich vorangeht. Und da ist die Politik gefragt, aber da sind wir alle als gesellschaftliche Akteure gefragt. Weil es gibt Unsicherheiten, die werden auch nicht mehr aufhören. Also vor Einzeltätern beispielsweise haben Experten, haben auch bei uns, unsere Investigativreporter, schon vor Jahren gewarnt, die sind ja kaum zu kontrollieren an einigen Stellen. Das ist ja auch wahrscheinlich eine Frage des Sortierens, Herr Schindler. Wo kommt denn eigentlich das Ziel des IS so richtig zum Tragen? Also wir lesen davon, dass es ja ziemlich viele Terrorgruppen gibt, die Islamistische, Sie haben das erwähnt, die auch gegenseitig sich Konkurrenz machen, die irgendwie Spenden haben wollen und deshalb irgendwie sich in dieser Aufmerksamkeitsspirale auch befinden. Und worauf zielt der IS besonders? Vielleicht können Sie uns das nochmal sagen. Also der IS wie im Grunde genommen alle Islamisten sehen westliche Gesellschaften, offene, liberale, demokratische Gesellschaften als das exakte Gegenpol ihrer Vorstellung. Es kann nur eine Wahrheit geben, ihre Wahrheit. Deshalb hat der IS ja auch kein Problem, andere sunnitische Organisationen zu bekämpfen, Muslime en masse in ihren Konfliktgebieten auch zu töten, wenn sie sich dieser Ideologie nicht anschließen. Aber ich möchte noch einen Punkt in die Diskussion werfen. ganz wichtig ist, wir reden immer Internet, soziale Medien, als ob es der Tiergarten in Berlin sei, also ein neutraler Raum, in dem Dinge stattfinden. Das ist ein hochkommerzieller Raum, der durch Firmen im Moment komplett organisiert ist. Und diese Industrie ist die einzige Industrie, die bei Sicherheit nur sehr begrenzt, bis gar nicht mit den Behörden in Europa zusammenarbeiten muss. Überall sonst in Europa darf eine Firma, ein Industriezweig, ein Produkt nur auf den Markt bringen, wenn vorab klar ist, dass dieses Produkt keinen Schaden anrichtet. Hier erlauben wir Milliarden Gewinne von Firmen, die Produkte auf den Markt bringen, die nachweislich immer wieder Schaden anrichten, ohne dass hier direkte rechtliche Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten für die Inhalte, die auf diesen Netzen transportiert werden, auf diesen Plattformen transportiert werden, auch das gehört noch mal diskutiert. Also nicht ohne Grund beschäftigen sich die französischen Behörden seit ein paar Tagen, das wurde durch Solingen überlagert, mit dem CEO von Telegram. Und zwar nicht, weil sie den CEO von Telegram nicht mögen, sondern weil Telegram in puncto schwerste Verbrechenverkämpfung, Kinderkornografie, Drogenhandel, Waffenhandel mit den französischen Behörden offensichtlich nicht wirklich zusammenhaben. Aber dann ist Ihr Punkt, dass man sozusagen an die Firmen von Elon Musk und Mark Zuckerberg rantreten muss, um darauf einzuwirken, dass weniger Radikalisierung stattfindet im Netz? Oder was ist da genau der Punkt? Dass das Netz und die sozialen Medien eben nicht ein Raum sind, in dem Terroristen sich mehr oder weniger ungehündigt bewegen können. Wir erwarten von der Deutsche Bank, dass sie sehr aktiv, täglich, bei allen Transaktionen prüft, ob es hier um Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche geht. und im Verdachtsfall die deutschen Behörden unverzüglich informiert. Wir erwarten in diesem Fall nichts von den sozialen Medien. Also gerade noch, wenn es um Leib, um Leben geht, also die Gesetzesverpflichtung nach dem neuen EU-Gesetz über digitale Dienste ist, die Behörden müssen informiert werden, wenn unmittelbar Gefahr für Leib und Leben besteht. Das heißt, wo auch immer dieses Video versandt worden ist, diese Plattform hätte dieses Video ausleiten müssen, an die Behörden in dem Land, in dem die Plattform registriert ist. Das ist wahrscheinlich dann in Irland. Das hätte gar nichts geholfen. Aber die gesamte Kommunikation vorher, die Radikalisierung, die stattfindet, die Kommunikation zwischen Terroristen, da haben die Plattformen weitgehend keinerlei Verpflichtung zur Mitarbeit. Und vielleicht, um auch noch mal hinzuzufügen, dieses Stereotyp der Hinterhof-Moschee, wo sich radikalisiert wird, wie es einst ja auch mal losgegangen ist, 2014. Also wir sollten nicht so tun, als wenn das Phänomen neu wäre oder jemals weg gewesen wäre. Der IS war nie weg. Und ich glaube, es geht wirklich um die Radikalisierung in Europa, insbesondere in Deutschland, wo wir ja auch mitverantwortlich für sind. Und es ist de facto so, dass die damaligen Lease-Kampagnen nachweislich dazu beigetragen haben, dass sich 1050 deutsche Staatsbürger radikalisiert haben und auf den Weg gemacht haben zu den IS-Mörderbanden, um dort zu versklaven und zu vergewaltigen. Und heute wird das Ganze abgelöst von den sozialen Medien. Da entsteht ein Islamismus-Rabbit-Hole, eine Mischung, eine ganz gefährliche Melange aus Teenage-Angst, beispielsweise aber eben auch Identitätskrisen. Die Täter sind jünger geworden, ja. Die sind jünger geworden. Wenn man dreimal auf islamistische Videos geht von IS-Jihadisten bei TikTok, spielt der Algorithmus auch nur noch das aus, beispielsweise. Und ich stelle mir wirklich die Frage, warum hier nicht konsequent reagiert wird. Der Verfassungsschutz weiß um diese IS-Jihadisten. Die erfahren eine Subkultur, eine Verehrung in diesem Rechtsstaat von unserer Zivilbevölkerung, von der nächsten Generation. Mir geht es nicht nur um denjenigen, den einsamen Wolf, der dann hinterher diese Tat vollzieht, sondern lasst uns über den Nährboten reden, der entsteht gerade offline und online, der dafür sorgt. Die Namen sind hinlänglich bekannt. Sehr viele Radikale, die vor 10 Jahren schon ihr Unwesen getrieben haben, machen das jetzt. Und ich bin schockiert darüber, mit was für einem Selbstbewusstsein sie das machen. Und dass sie willentlich dazu beitragen, dass die Köpfe unserer Jugendlichen vergiftet werden. Auch beim Taylor Swift-Konzert ist es keine Ausnahme, dass das junge Menschen sind, die sich da radikalisieren. Die Radikalisierung erfolgt in Echtzeit innerhalb von wenigen Tagen, kann man sagen. Und wir gucken dabei tatenlos zu und tun so, als wenn beispielsweise diese Tech-Unternehmen keine Verantwortung hätten. Das kann so nicht weitergehen. Und wir haben es ja gerade rausgehört, es geht um uns. Es geht um die Demokratie, den Rechtsstaat, die liberalen Gesellschaften. Und ich glaube, dass unsere Demokratie von den bösen Zwillingen auch deswegen noch nie so unter Druck stand wie jetzt, weil wir sie gewähren lassen bei TikTok. Das, was wir erleben bei den Islamisten, erleben wir genauso von den Rechtsextremisten. Das bedingt sich, wie gesagt, auch gegenseitig. Und es gibt keine Schutzmöglichkeiten. Und ich denke schon, dass wir einen Schutzauftrag haben. Und dann dürfen wir uns tatsächlich am Ende nicht wundern. Und es ist keine Panikmache, wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass sich diese Fälle wiederholen. Denn der IS hat ein sehr einfaches Spiel. Der kann jede Tat für sich reklamieren und jeden einsamen Wolf sozusagen mit dieser Thematik besetzen. Die haben das Spiel der sozialen Medien, das Agenda-Setting, die Narrative längst verstanden. Und wir gucken dumm aus der Wäsche. Eins der Narrative ist ja auch Rache an der Unterdrückung oder an den schlechten Gefühlen gegenüber Muslimen. Auch im Zusammenhang mit dem Ostkonflikt. Das ist ein riesiges, weites Feld. Das ist ein Vorwand, haben Sie schon in einem Text analysiert. Ich würde aber trotzdem fragen wollen, das, was Sie jetzt alles besprechen, das ist nicht das, was man in der Debatte von den Politikern jetzt als erstes hört. Sondern was man als erstes hört, ist im Prinzip, wir müssen jetzt irreguläre Migrationen beschränken. Wir müssen dringend Rückführungen umsetzen, Abschiebungen. Wir müssen das Waffenrecht verschieben. Wie erklären Sie sich das? Also warum ist dann das, was Sie jetzt beschreiben, der Kampf gegen den IS, nicht im Vordergrund? Also ich habe mich das auch gefragt und ich beklage das auch. Andererseits muss man sagen, haben wir ja hier jetzt auch schon erwähnt, wir sind in einer sehr speziellen Situation, jetzt wenige Tage vor Landtagswahlen, auf die seit Monaten im Grunde genommen alle lauern, kann man schon fast sagen. Da müssen wir vielleicht erklären, warum. Es sind die Landtagswahlen jetzt zunächst in Thüringen und in Sachsen. Und wir wissen ja aus den Umfragen, dass die AfD erheblich weit vorne liegt, zumindest vor vielen anderen Parteien. Also natürlich, die CDU hat inzwischen im kleineren Bereich, im einschränkenden Bereich aufgeholt, aber die AfD liegt da sehr stabil bei 30 Prozent und deutlich drüber. Davon ist auszugehen, dass sie da zum ersten Mal einen wirklich klaren Siegeszug antritt und es ist damit zu rechnen, dass Koalitionsverhandlungen werden stattfinden müssen, die auch damit enden könnten, dass die AfD da in Landesregierungen kommt. Wir wissen auch, dass Björn Höcke, der ja, ich glaube, über dessen Gesinnung es keine Zweifel mehr gibt, angetreten ist. Also das ist die Gemengelage. Der möchte Ministerpräsident werden in Thüringen. Exakt. Und gleichzeitig ist es natürlich so, die Ampelparteien, also die aktuelle Bundesregierung, kommt da nur noch auf, ich glaube, jemand hat es immer wieder ausgerechnet, so um 13 Prozent in Thüringen beispielsweise. Das ist schon eine wirklich... Zusammen. Exakt. Also FDP, Grüne und die SPD zusammen. Und das ist schon eine sehr heikle Situation und da überbieten sich natürlich die Politiker der anderen, der ehemals großen Parteien, darin jetzt zu sagen, was sie alles vorhaben, was sie alles tun würden. Eben gerade, weil natürlich die AfD bekanntlich sehr viel Wahlkampf macht, auch mit der Migrationsproblematik, mit der Asylproblematik, viel weniger mit der ja doch etwas komplexeren Bedrohung durch den Islam. Aber dann würde ich gerne mal den Extremismus-Experten fragen, wie sehr hängt denn Migrationspolitik mit Islamismusprävention zusammen? Wo kann man da was Sinnvolles draus machen? Also zunächst mal ist natürlich klar, dass in so einer Unsicherheitssituation nach einem Attentat, das ja Gott sei Dank in Deutschland die Ausnahme ist, da sind die französischen Kollegen mit sehr viel mehr Leid beschlagen, ist natürlich klar, dass geguckt wird, gab es hier Probleme im Ablauf. Und es ist relativ schnell klar geworden, es gab Probleme im Ablauf. Und ich würde natürlich argumentieren, wer es einmal, also der Attentäter war in Rumänien, kam dann nach Deutschland, Bulgarien kam dann nach Deutschland, sollte dann wieder nach Bulgarien aus, abgeschoben werden. Also wenn jemand ein Attentat verüben möchte, dann würde er sich durch die nicht existierende Grenze, also wir leben im Schengen-Raum, zwischen den Staaten, zwischen Bulgarien und Deutschland, jetzt nicht aufhalten lassen, auch ein zweites Mal wieder zurückzukommen und mir einen Anschlag zu verüben. Aber klar ist natürlich, man muss jetzt hingucken, was ist schiefgelaufen und gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten. Es ist aber auch klar, dass wenn wir relativ große Zahlen von Flüchtlingen aus Konflikt- und Kriegsgebieten haben, dann brauchen die mehr als ein Dach über dem Kopf, einen Sprachkurs und etwas zu essen, sondern dann müssen die auch langfristig integriert werden. Der Attentäter soll aus Deresor gekommen sein. Das war eins der... In Syrien. In Syrien. Eins der maßgeblichen Hauptqualität ihres S in der Stadt. Selbst wenn man natürlich davon ausgehen muss, dass in Deresor die Bevölkerung keine Chance hatte, entweder hat man sich dem S gebeugt oder wurde hingerichtet, dann ist natürlich klar, dass der und alle anderen, die dort gelebt haben, täglich Hinrichtungen, Verstümmelungen, unglaubliche Gewalt erlebt hat und damit natürlich eine gewisse Gewaltaffinität, das macht etwas mit jungen Menschen, einfach mitbringen. Und dazu braucht man dann eben auch die Möglichkeit, möglicherweise in bestimmten Fällen auch einfach Traumabekleidung zu machen. Alles das ist ein Ressourcenproblem und wir können uns natürlich über die Optimierung der Abschiebung unterhalten, aber wir müssen gleichzeitig dann, wenn wir über Integration reden, verstehen, dass es eben nicht ein Prozess ist, der nach einer Checkliste abläuft, sondern ein relativ langer Prozess ist, bei dem es auch um Wertevermittlung geht, bei dem es auch in gewisser Hinsicht, wenn es um Konflikt und Kriegsgebiete geht, um das Heilen von Wunden und persönlichem Leid, das auch Leute erlebt haben, die dort gewohnt haben. Alles das ist eine viel breitere, eine viel intensivere Debatte, die eigentlich notwendig wäre, als die, die jetzt geführt wurde. Aber da ist ja ein Argument, wenn ich da mal so reingrätschen darf, immer genau, damit wir das für die wenigen leisten können, müssen wir gucken, dass die Massen nicht mehr reinkommen. Das ist immer das Argument. Qualität für die, damit die sich wirklich integrieren können und deshalb Begrenzung und jetzt eben bis hin zu einem Vorschlag, überhaupt gar keine Syrer und Afghanen mehr aufzunehmen, was völkerrechtlich ja zunächst, so wie es im Moment liegt, nicht so möglich wäre. Schwierig wird. Ja, aber es gibt bestehendes Recht, dass jemand, der nach Europa kommt, dort Asyl beantragen muss, wo er in Europa ankommt. Das berühmt-berüchtigte Dublin-Verfahren. Es gibt Unverteilungsschlüssel innerhalb der EU. Diese Dinge, die beschlossen worden sind, die müssten einfach nur umgesetzt werden, auch EU-weit umgesetzt werden. Das ist natürlich schwierig, aber eine Reduzierung der Zahlen von Migranten, die hier in Deutschland integriert werden müssten, wird auch einfach dadurch erreicht, dass man sich darauf wieder besinnt, wie das EU-Recht und das deutsche Recht eigentlich die Verfahren vorsieht. Dann schauen wir doch vielleicht, bevor wir das weiter diskutieren, mal an die EU-Außengrenzen, an eine zumindest. Also und auch eine Zahl noch, zwischen Januar und Juni 2024 wurden hier in Deutschland rund 132.000 Asylanträge gestellt. Dann hat man jetzt einfach mal eine Vorstellung. Dabei sind die Geflüchteten aus der Ukraine nicht mit eingerechnet. Und die Quote der irregulären Migration, sie schwankt, sie ist auch schwer zu ermitteln. Wir schauen jetzt einfach mal auf das, was wir dann an Bildern immer hier in Deutschland auch sehen und dann sofort diskutieren unter dem Stichwort Migration. Sehnsuchtskontinent Europa. Sie haben fast nichts und riskieren alles. Täglich versuchen Menschen wie hier vor dem spanischen Ceuta nach Europa zu flüchten. Jedes Jahr sterben Tausende dabei. Die EU versucht schon seit Langem, den kriminellen Schleusern das Handwerk zu legen und Migration zu steuern, mit wenig Erfolg. Allein im vergangenen Jahr vermeldeten die EU-Staaten 20 Prozent mehr Asylanträge. Das Haupt-Zielland Deutschland. Ein Drittel aller Asylanträge wird hier gestellt. Viele Kommunen sind am Limit, können weitere Menschen nicht unterbringen. Kontrollen an den deutschen Grenzen bringen bislang wenig Erfolg. Und kriminell gewordene Migranten in ihre Herkunftsländer abzuschieben, ist immer noch schwierig. Zumal bei Ländern wie Afghanistan oder Syrien, wo die Sicherheitslage unklar ist. Der Bundeskanzler hat nun erneut angekündigt, entschlossener kriminelle Migranten zurückzuschicken. Hat die Politik bei der Steuerung von Migration versagt? Das ist zumindest der Vorwurf der Opposition. Wie sehen Sie es, Amar Moussaoui, auch vor dem Kontext dessen, was wir besprochen haben? Also ich komme wieder zurück an dem Punkt, was wir besprochen haben, dass der Gesetzlager bietet erhebliche Möglichkeiten von dem Staat, dass sie sich effektiv damit umgeht, wie man das einabschiebt. Es ist die Frage, wie setze ich das um? Wie konsequent setze ich das um? Das ist eine Sache. Die andere Sache, die ist auch moralisch. Während wir reden über Abschiebung von Geflüchteten aus Deutschland, wir müssen auch reden und offen darüber sprechen, wie die Aufgabe der Staat, ihrer Bürger, Staatsbürger, die IS engagiert waren, diese verhafteten IS-Leute, die sind immer noch in Syrien und Deutschland und andere europäische Länder verweigern, deren Staatsbürger zurückzuholen, um hier unter deren Kontrolle zu haben. und den Prozess für die machen. Es gibt schätzungsweise, vielleicht können Sie besser sagen, Herr Schindler, ca. 2000 IS-Kämpfer, ausländische Kämpfer, die befinden sich in Al-Haul-Camp in Syrien unter die Kontrolle, wackelige Kontrolle der kurdischen Kräfte. Alle europäischen Länder weigern, diese Leute wieder aufzunehmen und den Prozess hier im Lande zu machen. Ich meine, letztendlich müssen wir ganz ehrlich miteinander sprechen. Wir haben eine Aufgabe, klar, den Schutz der Bevölkerung, aber das ist auch ein Teil dieser Schutz, müssen wir unsere Aufgaben wahrnehmen und solche Leute zurückzuholen. Und wiederum Konsequenz an diesem Gesetzlager umzusetzen. Und dafür brauche ich Ressourcen, da brauche ich Stellen, da brauche ich Menschen, die die Erkenntnisse haben, die Fachkenntnisse, die sprachlich vielleicht ein bisschen gewandter, dieser kulturelle Umgebung, Menschen, die in der Lage, auch mit den IT umzugehen, also in den Behörden. Was heißt das TikTok-Clip? Wie komme ich von Bulgarien nach Deutschland? Wie kann ich meine Dublin-Fingerabdrücke brechen? Das ist eine Anleitung, in jeder Kammer, in sein Handy lesen kann und sich, ob er so gut beraten, juristisch, da brauche ich keinen Rechenanwalt. Es ist wirklich ein Bundel von vielen Maßnahmen, die man das auch ganz ehrlich, ohne politische Geflogenheit, ohne das zu nutzen, politisch zu positionieren, in einem Wahl oder in irgendwas, sondern mit einem Ziel, wie kann ich hier das Land sicherer machen? Und ist es dabei nicht aber trotzdem, und ich würde da gerne trotzdem einmal drüber reden, nachvollziehbar, dass es für die Menschen nicht zu verstehen ist, Düsentäckerl, und zwar nicht nur für die Jesidinnen und Jesiden, sondern auch für alle anderen Bürger dieses Landes, dass wenn man 75.000 beantragte Rückführungen von Asylbewerbern hat in Deutschland im Jahr 2023, nur 5.000 tatsächlich abgeschoben werden. Das ist eine irre Zahl. 2024 war es dann ein bisschen besser, aber da sind auch immer noch mehr als 60% der Abschiebungen gescheitert. Das ist doch wahrscheinlich das, was auch für so ein Gefühl des, ich benutze das Wort sehr ungern, Kontrollverlusts sorgt. Und an der Stelle müssten wir doch im Prinzip ein Interesse haben, diese beiden Themen auch miteinander zu diskutieren. Migration und Terrorismusprävention. Und selbstverständlich gibt es dort auch einen Zusammenhang, weil ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir so tun, als wir nur die Geflüchteten, die zu uns kommen, für die Probleme gesorgt hätten. Wenn wir sagen, dass es sich hier um eine Ideologie handelt, dann können wir leider auch nicht verhindern, ich sage es noch mal, dass Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, hier immer noch nicht angekommen sind. Und damit meine ich nicht nur Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sondern auch die auch hochtonen Deutschen. Das heißt, wenn wir uns die Bilder aus Bautzen und Leipzig angucken, wo Neonazis einen rechtsextremen den Hitlergruß zeigen, erleben wir sozusagen das Pardon zu den Islamisten. Zurück zu denen geht es darum, dass wir selbstverständlich genau hingucken müssen und dabei stellen wir fest beispielsweise, dass insbesondere politisch Verfolgte dieses Land hier sicherer machen. Das sind Menschen, die den Sicherheitsbehörden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und de facto ist es so, dass die Ermittlungsbehörden seit 2015 haben sich die Fälle dort beispielsweise was Menschenrechtsverbrechen auch aus Syrien, von Assad, Irak, Syrien, die dort bei den Gerichten landen. Das ist was völlig Neues in diesem Land. Und dafür haben sich die Zahlen rekordverdächtig potenziert. Und ich würde sagen, dass wir gar nicht vorbereitet sind und waren und dass wir grundsätzlich die Tatsache, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft, das bedeutet Rechte und Pflichten, das hat sozusagen eine Basis zugrunde, der wir uns annehmen müssen, de facto nicht stattgefunden. Ich würde fast sagen, dilettantisch findet das statt mit verheerenden Folgen. Das Vollzugsdefizit haben Sie gerade angesprochen, dass bestimmte Themen gar nicht angesprochen worden sind, aus Angst, in die falsche Ecke gestellt zu werden. Es werden so viele Nebelkerzen und Nebenschauplätze aufgemacht, die letztlich auch das Zusammenleben gefährden. Die Menschen sind diese Kulturkämpfe leid. Die möchten, dass Probleme gelöst werden. Die wollen Freiheit und Sicherheit. Übrigens auch Geflüchtete, die vor der Islamischen Republik im Iran flüchten und hier ein humanitäres Aufenthaltsrecht bekommen. Die machen dieses Land sicherer. Das Messer des Attentäters im Land. Genau, zum Beispiel. Das zeigt ja alles. Es ist keine Frage von Herkunft und Religion. Es ist eine Wertefrage. Und es geht darum, dass beispielsweise die Geflüchteten aus dem Iran mutige Menschen aus der Freiheitsbewegung Teil der Fact-Finding-Mission sind. Das sind die größten Kritiker des IZH. Das sind diejenigen, die sind neu hier und die sagen, das IZH ist kein Ort des Glaubens, sondern es ist eine Terrorzentrale. Spionagezentrum der Islamischen Republik. In Hamburg. So, und dann kommen aber Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und machen eine Demo und sagen, das hier ist antimuslimischer Rassismus. Und das heißt, es wird ein Begriff benutzt gegen uns, damit dieses IZH wieder geöffnet wird und dann befördern wir wieder Islamismus. Und gleichzeitig gibt es ja antimuslimischen Rassismus. Also ich habe mich schon gefragt, ich saß in einer Pressekonferenz mit dem Oppositionsführer der CDU, der größten Oppositionspartei im März und er sagte, ja, die Mehrheit der Zugewanderten sind nicht das Problem, außer ihre hohe Summe. Ja. Und noch mehr Worte, die wirklich, und Sie haben ja Kontakte zur CDU, stehen der Partei, standen ihr mal nah, haben sich da eingebracht. Also ich habe, was geht da in Ihnen vor, wenn Sie jetzt, drei Tage vor einer Wahl, wo ein Politiker, einer als rechtsextremistisch vom Verfassungsschuss eingestuften Partei solche Sachen sagt, das ist ja das eine, aber wenn im Prinzip sich auch der Diskurs verschiebt. Ich habe Kontakt zu allen Parteien. Ich bin parteilos, das finde ich nochmal wichtig zu betonen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich außenparlamentarisch tätig bin als zivilgesellschaftliche Kraft. Und ich glaube, wir müssen aufpassen bei dem Wording, was Sie gerade beschrieben haben, dass aus einem Rechtsstaat kein Rachestaat wird. Und das ist genau das, was wir gegenwärtig erleben, dass es gar nicht mehr um Fakten geht, wenn wir beispielsweise sagen, wir können keine Menschen mehr aufnehmen aus Syrien und Afghanistan, stimmt das de facto einfach nicht. Sondern es geht darum, was das in der Folge bedeuten würde, wenn wir diese Forderung stellen, nämlich, dass wir auf einmal mit Terrorregimen und Unterdrückerregimen wie dem Assad-Regime und der Taliban, dass wir die plötzlich zu Verhandlungspartnern erklären und mit Islamisten Islamismus bekämpfen wollen. Das kann ja nicht im Sinne der Sache sein. Da hätte ich gerne eine Umfrage zu, hier in der Runde. Ob es jemanden gibt, der sagt, doch, wir müssen mit den Taliban reden, doch, wir müssen mit Assad reden. Wir reden bereit mit Assad. Der Verfassungsschutz hat bereit die Kontakt aufgenommen, um einen minimalen Austausch von Daten. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es ist eine Aufgabe, der Staat auch mit dem Teufel irgendwie eine Info zu haben, um den Allgemeinschutz zu schützen. Aber politische Rehabilitation von Assad, ich glaube, das ist noch nicht so reif. wird das in der Gesellschaft erst mal nicht akzeptiert. Aber wenn man die arabischen Länder in den Umgebungen von Syrien, sehen wir, Assad ist wieder jetzt der Mann, den als Ansprechpartner wieder in Gang gebracht. Und in der Türkei wartet jetzt mal ab, dass man ein Treffen zwischen Assad und Erdogan, ist natürlich kein guter Beispiel, aber ich wollte das letztendlich mal sagen, der Politik letztendlich schaut, was ist möglich, was ist nicht möglich und was ich kann nicht raus, der Beste rausholen, was ich hier, ich wollte ja jetzt nicht plädieren, dass Assad jetzt wieder rehabilitieren, aber irgendwann müssen wir mit den Syrien-Problemen auch gründlich vorgehen. Ja, aber dafür müssen wir in erster Linie mit den Kurden reden. Und das haben Sie ja gerade angesprochen, dass wir eine verheerende Nahostpolitik haben, wenn wir beispielsweise dafür sorgen, dass die Islamische Republik der beste Wirtschaftspartner ist und jetzt sogar noch zugelegt hat finanziell. Dann hat das für mich nichts mit der Einhaltung von Menschenrechten zu tun, beispielsweise Iran. Zurück zu den Kurden im Al-Hol-Camp. Wir reden von 400 kurdischen Sicherheitsbeamten, die 40.000 IS-Anhänger, radikalisierte Brutstätten, im Al-Hol-Camp überwachen, wo die IS-Täter von morgen generiert werden. Richtig. Und wir reden von 12.000 Gefangenen, davon 2.000 V- und Fighters und wir haben die kurdische Selbstverwaltung komplett im Stich gelassen, die mehrere Vorschläge gemacht hat. Die hat gesagt, eure Staatsbürger sind in dieses Land hier gekommen, und haben hier sich an diesen Morden beteiligt. Wenn ihr nicht bereit seid, die aufzunehmen, dann lasst uns über ein Straftribunal nachdenken, damit wir nicht nur diese Region, sondern weltweit sicher werden. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben diese Menschen, wo Zehntausende auch gestorben sind, im ganz konkreten Kampf gegen die IS-Mörderbanden, im Stich gelassen. Und wir lassen sie wieder im Stich. Das ist eine Zeitbombe, das habe ich verstanden. Und gleichzeitig, wir müssen gucken, dass wir hier die Zeit noch gut nutzen, ist das, was jetzt als Vorbild für Deutschland dasteht, Schweden, Dänemark, also Länder, das ist jetzt das, was diskutiert wird, wo deutlich mehr daran gearbeitet wird, den Menschen, die kommen, das Gefühl zu geben, also entweder es gibt hier wirklich eine volle Integration oder du gehst wieder. Da gibt es Abschiebungszentren, in denen die Leute erzählen, dass man wirklich auch einfach nur noch da raus will. Das ist die Linie. Und in vielen europäischen Ländern geht die Reise genau dahin. Also das sind nicht nur Dänemark, Schweden, das sind viele, die viel stärkere Forderungen noch stellen als Deutschland. Deutschland ist da sozusagen der Softie. Ist das nicht auch, Jennifer Wilten, eine Frage, der wir uns trotzdem parallel stellen müssen? Ja, also klare Antwort. Ja, und ich glaube, dass man sehr, also das sagen auch Politiker, die sich eingehen, damit beschäftigen, glücklicherweise, und die nicht nur in dieser Woche darüber diskutieren, dass das durchaus Orte sind, an denen man sich orientieren kann. Also Dänemark beispielsweise, Schweden, man muss da natürlich auch genau hinschauen, wie effektiv ist und wie man Sachen kopieren kann. Dänemark zum Beispiel, also es gibt verschiedene Parameter, die dort anders sind. Ich glaube, das würde jetzt zu sehr ins Detail führen. Aber ich glaube, dass da Handlungsbedarf ist. Aber die Grundlage, die juristische Grundlage in Dänemark ist wahrscheinlich anders als und deswegen Rwanda-Modell wird das bei uns wahrscheinlich mit jetzigen Grundlage niemals funktionieren. Gut, dann machen wir eine kurze Schlussrunde. Was wird es denn dann geben? Was erwarten Sie? Ganz kurz. Also ich erwarte, dass der Staat ein bisschen mehr investiert bei dem Verfassungsschutz, mehr Befugnisse, mehr Stellen einerseits, andererseits auch die moralische Aufgabe wahrzunehmen, den Allgemeinschutz zu schützen, indem man das a, den Kämpfer aus dem Kampfgebiet von IS zurückzuholen und b, viel mehr für die Integration der Geflüchteten hier. Was erwarten Sie? Ich erhoffe mir, dass der Staat sich eben dafür einsetzt, die Rolle der Sicherheitsbehörden nochmal neu zu definieren und zu überdenken und dass die Argumente, die immer wieder kommen und die auch in den letzten Tagen schon leider wieder gefallen sind, mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden heißt nicht ein Absinken in der Diktatur, sondern mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden in einem demokratischen, durch Gerichte und parlamentarische Kontrolle überwachten Staat sind die Sicherheitsbehörden die Verteidiger der Demokratie und sollten eben auch so behandelt und so ausgestattet werden. Ganz kurz. Zwei Worte, drei Worte. Frühwarnsysteme, wo wir Geflüchtete mit einbeziehen, die vor den Terrorregimen fliehen, die Einberufung der Expertenkommission Islamismus und die parallele Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Islamismus. Was sagen Sie, Jennifer Wilton? Was ist Ihnen noch wichtig? Ich hoffe, dass diese Debatte jetzt nicht wieder dort endet, wo sie immer endet, nachdem sich alle ein bisschen hervorgetan haben, dass man dann wieder vergisst, diese Themen weiter zu besprechen und ich hoffe auf mir Klarheit darüber, dass wir eine transformative Gesellschaft haben, der man nicht mit den gleichen Methoden begegnen kann wie in den 80er und 90er Jahren. Sagt. Hier die Runde 2024 in diesem Jahr. Ich danke fürs Diskutieren. Machen Sie es gut. Wir sehen uns auf YouTube. Schreiben Sie uns auch Ihre Kommentare und bis bald. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.